Was war auch noch eine Funktion in der Menge der reellen Zahlen? Man kann sich das vorstellen wie eine Funktion ist eine Art Maschine. In diese Maschine schmeißt man eine Zahl x hinein und diese Maschine ordnet dieser Zahl x höchstens eine Zahl f von x zu. Das ist also eine Funktion in R. Schauen wir jetzt hier im trigonometrischen Kreis. Hier ist der Zentriwinkel x eingezeichnet und dieser Winkel x in Radiant ausgedrückt entspricht die Länge von diesem eingeschlossenen Kreisbogen geteilt durch den Radius. Also dieser Winkel x in Radiant ausgedrückt, das ist die Länge von diesem hellgrünen Bogen hier geteilt durch den Radius 1. Also x in Radiant ausgedrückt, das ist die Länge von diesem grünen Bogen. Deshalb nennt man die Winkeleinheit Radiant auch das Bogenmaß. Und das Maß dieses Bogens hier, das habe ich hier in diesem Bezugssystem maßstabgerecht hier eingezeichnet. Wir können das schön sehen, wenn ich hier per Schieberegler die Öffnung von diesem Winkel verändere. Dann ändert selbstverständlich auch die Länge von diesem Bogen und dementsprechend verändert sie sich auch hier. So, wir können den schön beobachten, der Bogen wird länger und diese Strecke, diese hellgrüne Strecke, die dieser Bogenlänge entspricht, wird dann selbstverständlich auch länger. Wenn wir den Bogen zum Beispiel so einstellen, dass er einen Halbkreis bildet, ich versuche mal das ungefähr so hinzukriegen, so, dann muss die Länge von diesem Kreisbogen also der halbe Kreisumfang sein, das heißt Pi mal Radius. Da der Radius aber 1 ist, muss die Länge von diesem Bogen Pi sein. Pi ungefähr 3,1416. Das entspricht hier genau dieser Zahl Pi in der Zeichnung. Da ist die Einheit 1, 2, 3 und noch ein ganz bisschen. Okay, wir stellen jetzt den Bogen hier wieder zurück und ordnen diesem Winkel x seinen Sinus zu. Diesem Winkel x wird also diese Zahl Sinus x zugeordnet. Und solch ein Zuordnungsgesetz ist eine Funktion. Der Sinus kann also als eine Funktion angesehen werden. Es ist die Funktion, die jedem Winkel x, hier in Radiant ausgedrückt, den Sinus von x zuordnet. Wir sind es gewohnt, Funktionen so einzuzeichnen. Die Zahl, die man in die Funktion hineinschmeißt, die zeichnen wir als Abschisse x ein. Und die Zahl, die dann hier herauskommt, die zeichnen wir als Ordinate y ein. Diese Ordinate y hier ist also nichts anderes als der Sinus von dieser Zahl x. So entsteht ein Punkt des Graphen von der Funktion Sinus. Wenn wir jetzt hier den Winkel x verändern, dann sehen wir ganz deutlich, dass dieser Sinus hier jeweils dem entsprechenden Winkel x zugeordnet wird. Und so können wir schön sehen, wie der Graph vom Sinus Pünktchen für Pünktchen entsteht. Und im Endeffekt wird er so aussehen. Ich schalte das mit den Pünktchen jetzt mal weg. Den Graphen vom Sinus ebenfalls. Dieses Pünktchen haben wir auch noch weg. So. Jetzt machen wir genau dasselbe für den Kosinus. Hier zeichnen wir zuerst einmal den Kosinus ein. Der Kosinus ist auch eine Funktion, denn der Kosinus ordnet diesem Zentriwinkel x, in Radiant ausgedrückt, diesen Kosinus von x zu. Und diese Zahl, Kosinus von x, ist in diesem Bezugssystem als Bild von diesem x-Wert eingezeichnet. Wenn wir jetzt hier den Winkel verändern, dann können wir hier deutlich sehen, wie der Kosinus ein bisschen kleiner wird. Bei 90 Grad, das heißt Pi halber Radian, ist der Kosinus gleich 0. Danach wird der Kosinus negativ. Deshalb ist das Bild von diesem x-Wert hier unterhalb der x-Achse gezeichnet. Und so entsteht dann auch, Pünktchen für Pünktchen, der Graph vom Kosinus, der so aussieht. Dieser Graph ist ähnlich wie der Graph vom Sinus. Wir machen das jetzt hier mal alles wieder weg. So. Und schauen uns noch den Tangens im trigonometrischen Kreis an. Der Tangens von diesem Winkel wird hier als Ordinate auf dieser Gerade hier eingezeichnet. Wenn wir den Winkel x verändern, sehen wir, dass der Tangens viel größer werden kann als 1. Im Gegensatz zu Sinus und Kosinus. Und so finden wir sehr schnell den Graphen von Tangens. Diese drei trigonometrischen Funktionen werden wir aber genauestens unter die Lupe nehmen. Und wir beginnen mit ihren Ableitungen. Also, wir suchen zuerst einmal die Ableitung von der Funktion Sinus, von der Funktion Kosinus und von der Funktion Tangens. Dazu brauchen wir diesen Grenzwert. Das ist ein ganz besonderer Grenzwert, der häufig in der Physik eingesetzt wird. Und zwar suchen wir den Grenzwert, wenn x gegen 0 strebt, von Sinus x geteilt durch x. Wenn wir x durch 0 ersetzen, finden wir 0 geteilt durch 0. Das ist eine Unbestimmtheit und es gilt, diese Unbestimmtheit zu beheben. Anscheinend ist dieser Grenzwert gleich 1. Wir werden es beweisen. Im trigonometrischen Kreis sei dieser Winkel hier x angegeben, den ich hier noch schön verstellen kann. Und wir betrachten hier Sinus x und Tangens x. Zuerst einmal schauen wir uns dieses Dreieck OAE an. Dieses Dreieck OAE hat als Flächeninhalt die Basis 1 mal die Höhe Sinus x geteilt durch 2. Der Flächeninhalt von diesem Dreieck ist aber bestimmt kleiner als der Flächeninhalt von diesem Kreissektor. Denn zum Kreissektor haben wir ja noch diese Stückchen hier mehr. Der Flächeninhalt von solch einem Kreissektor kann man auf zwei verschiedene Arten berechnen. Entweder wir nehmen diese Formel Zentriwinkel Alpha aber in Radiant ausgedrückt mal das Quadrat vom Kreis Radius geteilt durch 2 oder wir sagen, es ist diese Bogenlänge mal Radius geteilt durch 2. Ich habe hier diese Formel gewählt. Der Winkel Alpha ist ja x. Der Radius ist 1. Radius vom trigonometrischen Kreis. Also ist der Flächeninhalt von diesem Kreissektor x mal 1 im Quadrat geteilt durch 2. Und der Flächeninhalt von diesem Kreissektor ist kleiner als der Flächeninhalt von diesem Dreieck O, E, B von diesem Dreieck da. Der Flächeninhalt von diesem grünen Dreieck entspricht Basis, hier 1, mal Höhe, Tangens von x geteilt durch 2. Halten wir hier also diese Idee fest, der Flächeninhalt von diesem braunen Dreieck ist kleiner gleich zum Flächeninhalt vom Kreissektor, dieser blaue da. Und dieser Flächeninhalt wiederum ist kleiner gleich zum Flächeninhalt von diesem grünen Dreieck O, E, B. Aus dieser doppelten Ungleichheit können wir also diese doppelte Ungleichheit hier schließen, indem wir ganz einfach diese Flächeninhalte berechnen. Der Flächeninhalt vom Dreieck O, A, E ist effektiv Basis 1 mal Höhe Sinus x geteilt durch 2. Der Flächeninhalt vom Kreissektor O, A, E ist effektiv Zentriwinkel x mal Radius 1 im Quadrat geteilt durch 2. Und der Flächeninhalt von dem grünen Dreieck her ist effektiv Basis 1 mal Höhe Tangens x geteilt durch 2. Diese doppelte Ungleichheit hier können wir selbstverständlich mit 2 multiplizieren und finden so diese Erkenntnis, dass der Sinus von x kleiner gleich zu x selbst ist und diese Zahl x wiederum ist kleiner gleich zu Tangens von x. Wenn wir später also den Graphen von Sinus und von Tangens zeichnen, dann sollten wir zuerst den Graphen der Funktion x zeichnen. Das ist die erste Winkelhalbierende. Und hier steht, wenn x ein positiver Winkel ist im ersten Quadranten, dann ist der Sinus von x immer kleiner gleich x. Das heißt, hier in der Nähe von 0 bis 1 ist der Sinus immer kleiner als x selbst, was also bedeutet, dass der Graph vom Sinus sich hier ständig unterhalb dieser Geraden befinden muss und das ist praktisch unmöglich zu zeichnen. Auch der PC kriegt das nicht hin. Der einzige Schnittpunkt von Sinus mit dieser ersten Winkelhalbierende, das ist der Punkt 0,0. Ansonsten liegt die rote Sinuskurve unterhalb von dieser Geraden. Das kann kein Mensch auf der Welt zeichnen. Sogar ein PC kriegt das nicht hin. Es sieht hier immer so aus, als läge der Sinus genau auf dieser Gerade. Ähnliches für Tangens. Der Tangens ist größer als x, wenn x sich hier in der Nähe von 0 und 1 befindet. Was also bedeutet, dass der Graph von Tangens sich hier ständig oberhalb von dieser Geraden befindet. Auch das ist unmöglich zu zeichnen. Aber der einzige Schnittpunkt von Tangens mit dieser Geraden ist eigentlich der 0,0 Punkt. Okay, das nur als Bemerkung zu dieser doppelten Ungleichheit. Wir führen jetzt unseren Beweis weiter. Da x im ersten Quadranten ist und der Sinus von x positiv ist, dürfen wir diese doppelte Ungleichheit hier durch Sinus teilen, ohne die Zeichen der Ungleichheiten hier umzudrehen. Wir teilen das Ganze also durch Sinus x. Sinus x geteilt durch Sinus x macht 1 auf 1. x geteilt durch Sinus x steht da. Der Tangens, das ist Sinus x geteilt durch Cosinus x. Und wenn wir Sinus x geteilt durch Cosinus x durch Sinus x teilen, dann bleibt 1 auf Cosinus von x übrig. Wenn man jetzt hier diese drei Brüche rumdreht, dann muss man die Zeichen der Ungleichheiten hier ebenfalls umdrehen. Wieso? Schauen wir in einem Beispiel. Selbstverständlich ist 2 Drittel kleiner gleich 3 Viertel. In dieser Ungleichheit hier dürfen wir durch 2 teilen und mit dieser 4 multiplizieren. Das führt dann zu dieser Ungleichheit. Die 2 von da oben steht jetzt da unten und die 4 von da unten steht da oben. Und da diese zwei Zahlen positiv sind, müssen wir dieses Zeichen nicht umdrehen. Das bleibt. Und wenn 4 Drittel kleiner gleich 3 Halbe ist, dann bedeutet das, dass 3 Halbe größer gleich 4 Drittel ist. Wenn wir jetzt hier die Mittleretappe mal weglassen, dann sehen wir, dass wenn man zwei Brüche in einer Ungleichheit einfach umdreht, wir kehren die Brüche um, 2 Drittel wird zu 3 Halbe und 3 Viertel wird zu 4 Drittel, dann muss man das Zeichen der Ungleichheit auch umdrehen. Und genau das werden wir hier machen. Wir werden alle drei Brüche umkehren, dann müssen wir aber auch die Zeichen dieser Ungleichheiten umdrehen. So. Ist gemacht. Wir haben jetzt hier drei Funktionen von x. Das ist der Cosinus von x. Hier ist die Funktion Sinus von x geteilt durch x. Und hier ist die konstante Funktion 1. Auch die 1 kann als Funktion von x angesehen werden. Da diese Funktion Sinus x geteilt durch x ständig zwischen 1 und Cosinus von x liegt, muss auch der Grenzwert von dieser Funktion, wenn x gegen 0 strebt, zwischen diesen zwei Grenzwerten liegen, zwischen Grenzwert von Cosinus von x, wenn x gegen 0 strebt, und Grenzwert von der konstanten Funktion 1, wenn x gegen 0 strebt. Aber der Grenzwert von einer konstanten, das ist diese Konstante, dieser Grenzwert ist also 1. Und der Grenzwert, wenn x gegen 0 strebt von Cosinus von x, das ist der Cosinus von 0, das heißt 1. Dieser Grenzwert ist auch 1. Was also bedeutet, dass dieser Grenzwert, den wir eigentlich suchen, dass dieser Grenzwert kleiner gleich 1 ist, und gleichzeitig größer gleich 1 sein muss. Das bedeutet, dass dieser Grenzwert gleich 1 sein muss, was wir hier schön festhalten können. Wir werden diesen Grenzwert nachher zu den Ableitungen einsetzen. Aber schauen wir uns zuerst mal diesen Grenzwert noch etwas genauer an. Der Grenzwert von Sinus x geteilt durch x, wenn x gegen 0 strebt, ist also 1. Das ist unsere neue Erkenntnis hier. Wenn der Winkel x also dicht bei 0 liegt, dann liegt dieser Bruch hier dicht bei 1. Ein Bruch ist 1, wenn Zähler und Nenner gleich sind. Ein Bruch liegt also ganz dicht bei 1, wenn Zähler und Nenner ganz dicht beieinander liegen. Da dieser Grenzwert von Sinus x geteilt durch x gleich 1 ist, und wenn x sich in der Nähe von 0 befindet, dann dürfen wir daraus schließen, dass der Sinus von x ungefähr dasselbe ist wie x. Was also bedeutet, wenn der Winkel x ganz dicht bei 0 liegt, dann darf man Sinus x einfach durch x ersetzen, weil es ungefähr dasselbe ist. Das sehen wir auch schön in der Zeichnung hier. Hier ist ein Winkel x. Von da bis da, das ist der Sinus von x. Und von da bis da, das ist diese Zahl x. x ist von da bis da. Und die Ordinate ist dann von da bis da. Das ist dieselbe Zahl wie diese Absisse. Wenn wir jetzt x etwas dichter an 0 nehmen, dann sehen wir, dass die Differenz zwischen Sinus x und x kleiner wird. Sie wird kleiner und kleiner. Und wenn x dicht genug an 0 liegt, dann sieht man hier überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen Sinus x und x. Und deshalb erlaubt der Physiker sich, bei kleinen x-Werten den Sinus von x einfach durch x zu ersetzen. Zum Beispiel macht der Physiker das bei der Untersuchung eines Pendels. Bei einem Pendel nennt der Physiker den Winkel zwischen Gleichgewichtslage und der Position der schwingenden Masse x. Und wenn dieser Winkel x klein ist, dann ersetzt der Physiker effektiv den Sinus x einfach durch x. Die Beobachtungen eines Pendels haben den Physiker dann zu dieser Formel geführt. Die Schwingungsdauer von einem Pendel ist gleich zu 2 mal Pi mal die Quadratwurzel der Pendellänge von da bis da geteilt durch Fallbeschleunigung g. 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Was seltsam ist an dieser Formel, das ist, dass die Schwingungsdauer gar nicht von der schwingenden Masse abhängt. Es ist ganz egal, welche Masse da schwingt, ob das jetzt 2 Kilo sind oder 5 Kilo, das spielt keine Rolle. Die Schwingungsdauer hängt nur von der Länge des Pendels ab. Und dann hat der Physiker auch noch festgestellt, wenn man als Pendellänge einen Meter nimmt, dann entspricht die Schwingungsdauer ungefähr 2 Sekunden. Das bauen wir hier einmal ein. Wenn die Länge des Pendels 1 Meter beträgt, dann entspricht die Schwingungsdauer ungefähr 2 Sekunden. Und wenn wir diese Gleichheit dann noch durch 2 kürzen und dann auch noch alles im Quadrat erheben, so finden wir, dass seltsamerweise die Fallbeschleunigung g, 9,81 Meter pro Quadratsekunde, numerisch gleich zum Quadrat von Pi ist. Das Quadrat von 3,14 entspricht ungefähr 9,81. Eine seltsame Erkenntnis. Kommen wir jetzt zu unseren trigonometrischen Funktionen Sinnkos und Tangens zurück. Im Moment haben wir diesen Grenzwert bewiesen und können den auch hier festhalten. Wir werden jetzt anhand von diesem Grenzwert beweisen, dass die Ableitung der Funktion Kosinus gleich ist zu Minus Sinus. Dazu nehmen wir die Definition der Ableitung. Wir haben eine Zahl a im Definitionsbereich einer Funktion f und suchen den Grenzwert vom Differenzenquotienten dieser Funktion f bei der Zahl a. Falls dieser Grenzwert eine reelle Zahl ergibt, sagt man die Funktion f sei differenzierbar oder auch ableitbar und diese reelle Zahl bezeichnet man dann mit f' von a. So ordnet man dieser Zahl a durch dieses Grenzwertberechnen die Zahl f' von a zu. Und solch ein Zuordnungsgesetz ist eine Funktion und diese Funktion nennt man dann die Ableitung der Funktion f. Das ist die Funktion f'. Für die Funktion Kosinus wenden wir die Definition an. Wir suchen also Kosinus' ausgedrückt bei a anhand vom Grenzwert des Differenzenquotienten. Die Definition brauchen wir im Moment nicht mehr. Hier haben wir jetzt Kosinus x minus Kosinus von a. Das ist die Differenz von zwei Kosinuswerten. Das erinnert sehr stark an diese Formel von Simpson, die wir auch hier einsetzen werden. Und diese Simpson-Formel führt sofort zu diesem algebraischen Ruch. Dieses Minus werden wir als multiplikative Konstante minus 1 aus diesem Grenzwert rausholen. Die 2, die da steht, die können wir ganz unten unter dem x minus a schreiben. Dann steht hier unten x minus a halbe, genau wie da. Und Sinus von x minus a halbe geteilt durch x minus a halbe trennen wir ab. Und somit schreiben wir den Grenzwert so. Minus ist draußen. Ja. Die 2 ist nach ganz unten. Ja. Der Sinus von x minus a halbe geteilt durch x minus a halbe multipliziert diesen Sinus von x plus a halbe und der Grenzwert von dem Produkt, das ist das Produkt der einzelnen Grenzwerte. Beschäftigen wir uns zuerst mit diesem da. Hier steht, dass x gegen die Zahl a strebt. Stellen wir uns das auf dem Zahlenstrahl vor. Diese Zahl x strebt gegen a. Das bedeutet, dass x minus a gegen 0 strebt. Die Differenz zwischen x und a strebt also gegen 0. Die Hälfte der Differenz strebt dann automatisch auch gegen 0. Wenn x gegen a strebt. Also können wir sagen, x strebt gegen a ist äquivalent mit x minus a strebt gegen 0. Und das wiederum ist äquivalent mit x minus a halbe strebt gegen 0. Also können wir hier schreiben, das ist der Grenzwert, wenn x minus a halbe gegen 0 strebt, von Sinus x minus a halbe geteilt durch x minus a halbe. Und dieses x minus a halbe, das dann da steht, da, so wie auch da, ersetzen wir durch den Buchstaben klein t und dann führt dieser Grenzwert automatisch zu diesem Grenzwert. Aber dieser Grenzwert entspricht genau dem Grenzwert, den wir eben hier bewiesen haben. Dieser Grenzwert ist gleich 1. Also dieser Grenzwert ist 1. Diesen Grenzwert finden wir ganz einfach, indem wir hier x durch a ersetzen. Dann steht da Sinus von a plus a geteilt durch 2. Das heißt Sinus von 2a geteilt durch 2. Das heißt Sinus von a. Der Grenzwert von Sinus von a, das ist diese Konstante Sinus von a. Was steht hier insgesamt? Da steht 1. Da steht der Sinus von a. und dann steht davor noch das Minus. Insgesamt steht da also Minus Sinus von a. Wir haben somit bewiesen, dass Cos Prim ausgedrückt bei der Zahl a Minus Sinus ausgedrückt bei der Zahl a ist. Jetzt verallgemeinern wir und ersetzen a durch x und finden somit, dass Cos Prim von x dasselbe ist wie Minus Sinus von x. Simson brauchen wir im Moment nicht mehr. Um die Ableitung vom Sinus zu bestimmen, könnte man ähnlich vorgehen wie hier. Man kann es aber auch so machen. Wir suchen Sinus Prim von x sofort. Wir wissen aber, dass der Sinus von x genau dasselbe ist wie der Cosinus von Pi halbe minus x. Das sehen wir deutlich im trigonometrischen Kreis. Also der Sinus von x, das ist dasselbe wie der Cosinus von Pi halbe minus x. Wir suchen also von Sinus x die Ableitung, was bedeutet, wir suchen die Ableitung von dieser Kettenfunktion Cosinus von Pi halbe minus x. Dazu haben wir die Ableitungsformel einer Kettenfunktion. Das f von x, das ist die Klammer Pi halbe minus x und die Funktion g ist hier die Funktion Cos, deren Ableitung wir ja schon kennen. Um also diese Funktion abzuleiten, leiten wir zuerst Cos ab, Cos Prim ist Minus Sin, drücken diese Ableitung aber nicht mit x, sondern mit f von x aus und dann multiplizieren wir das Ganze noch mit f Prim von x. Also so. Ableitung von Cos, das ist Minus Sin. Diese Ableitung soll aber nicht mit x, sondern mit f von x ausgedrückt werden, ist gemacht. Und das Ganze wird dann noch multipliziert mit f Prim von x. Das Ganze wird also noch multipliziert mit der Ableitung von dieser Klammer Pi halbe minus x. Die Ableitung von dieser Klammer ist selbstverständlich Minus 1. Das Minus, das hier dann multipliziert, das kann nach vorne und hebt sich mit dem zweiten Minus auf und dann bleibt nur noch der Sinus von Pi halbe minus x übrig. Und im trigonometrischen Kreis sehen wir ganz deutlich, dass der Sinus von Pi halbe minus x nichts anders ist, als der Cosinus von x. Die Ableitung von Sinus ist also der Cosinus. Okay, die Kettenfunktion brauchen wir nicht mehr. Wir suchen jetzt noch die Ableitung von Tangens. Anscheinend ergibt das 1 auf Cos Quadrat von x. Das könnte man auch mit der Definition machen. Es ist aber hier viel einfacher zu erledigen, weil wir die Ableitung von Cosinus und die Ableitung von Sinus schon kennen. Und der Tangens von x ist ja nichts anderes, als der Sinus von x geteilt durch Cosinus von x. Hier brauchen wir also nur noch diesen Bruch abzuleiten. Das machen wir selbstverständlich mit der Formel zur Ableitung von einem Bruch. Die wenden wir hier sofort an. Sinn x auf Cos x Prim macht also durch diese Formel Sinn Prim von x mal Cos von x minus Sinn von x mal Cos Prim von x. Sinn Prim von x ist aber Cosinus von x. Also steht hier Cosinus von x mal Cosinus von x. Das heißt Cosinus Quadrat von x. Und die Ableitung von Cosinus, das ist minus Sinus. Also steht hier minus Sinus mal minus Sinus. Das macht plus Sinus im Quadrat. So führt diese Ableitung also zu diesem algebraischen Ausdruck. Und hier erkennen wir natürlich deutlich, die Grundformel der Trigonometrie dieser Zähler ist gleich 1. Somit also Ableitung von Tangens ist 1 auf Cos Quadrat. Behalten wir hier also gut unsere vier neuen Erkenntnisse. Dieser Grenzwert ist gleich 1. Cos Prim ist minus Sin. Sin Prim ist Cos. Und Tangens Prim ist 1 auf Cos Quadrat.